Herzlich willkommen bei Grünbeck. Vor uns steht unsere neue Enthärtungsanlage SoftLeak LB. Die SoftLeak LB ist eine Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauscherverfahren arbeitet und der große Vorteil von unserer SoftLeak LB Anlage sind die drei vorhandenen Austauscherbehälter. Das heißt, der große Nutzen dahinter ist, zwei Austauscher werden kontinuierlich mit Wasser durchströmt, während der dritte im Standby ist. Sollte ein Austauscherbehälter leer sein, wird dann dementsprechend umgeschaltet und wiederum zwei Austauscherbehälter sind in Betrieb. Das ist auch übrigens der große Vorteil von einer dreifachen Enthärtungsanlage zu zum Beispiel einer Doppelenthertungsanlage, da immer zwei kontinuierlich in Betrieb sind und die dritte Flasche in Regeneration ist bzw. wartet, bis sie dran ist, im Betrieb zu sein. Anwendungsgebiete unserer neuen Großenthertungsanlage SoftLeak LB findet vor allem im gewerblichen Bereich Anwendung und vor allem auch im Industriebereich Anwendung, da wo wir 0 Grad deutsche Härte brauchen und auch mal Anlagen wie 24 7 kontinuierlich volle Power geben, brauchen und hohe Durchflüsse benötigen bei niedrigen Druckverlusten. Ergänzend dazu darf ich Ihnen noch unser Design mit Isolierwirkung von der SoftLeak LB Anlage zeigen. Wir haben zukünftig Neopren Isolierungen an der Anlage integriert. Die können sind optional zum Beispiel erhältlich und bei die Podestanlagen serienmäßig mit dabei. Heißt großer Vorteil, die Austauscherbehälter hier haben eine große Fläche. Dadurch wird durch dieses Neoprenmaterial Schwitzwasser vermieden. Ergänzend dazu auch unsere EPP-Abdeckhaube, also auch hier nochmal Funktionalität ergänzt Design. EPP als Isoliermaterial, wo die ganze Anlagentechnik in der SoftLeak LB schützt.